Heute ist ein absolut crazy cooler Tag für mich. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der kann sich eins sicher sein. Ich liebe Hunde. Ich liebe Hunde schon seit ich ein Kind bin. Meine Faszination für Hunde hat nie aufgehört. Ich wollte immer einen Hund. Aber in meiner momentanen Situation wäre es etwas unverantwortlich, mir einen Hund anzuschaffen. Und es macht mich so unfassbar traurig. Ich bin wirklich jedes Mal, wenn ich einen Hund sehe, deswegen traurig. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich in diese kleinen glänzenden, unschuldigen Augen gucke von irgendwelchen Hunden auf der Straße, will ich ihn an mich nehmen und ihn bemuttern. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist dieser gierige Blöck wahrscheinlich total unangenehm den Besitzern der Hunde gegenüber, die ich nicht kenne. So ist das nun mal. Was für ein glücklicher Zufall es da noch ist, dass meine Freundin Annika sich einen Hund beschafft. Und wartet mal, welchen Platz ich mir gesichert habe. Erste Patentante. Ich bin so glücklich, dass sie in keiner Beziehung ist. Und jemanden braucht, der mit ihr auf dieses kleine, unschuldige, wundervolle Wesen aufpasst. Ich werde dir deswegen am ersten Wochenende ein bisschen beistehen. Abchecken, wie der Kleine so drauf ist. Wobei ich glaube, niemand ist besser vorbereitet auf diese Mission wie Annika. Und wenn ich der Kleine sage, meine ich einen kleinen Labrador-Welpen. Wir holen den heute vom Züchter ab. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass es genügend Tierheime gibt. Mit Hunden, Katzen, Hasen, Hamsern, Vögeln, Schildkröten und allem möglichen, die einen zu Hause suchen. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, ein Haustier zu adoptieren, statt es bei einem Züchter zu kaufen, kann ich es euch nur sehr ans Herz legen. Ich war da schon mal, um GMI zu drehen. Und wie diese Familie sich um diese Welpen kümmert. Und deswegen wusste ich von Anfang an, als Annika mir erzählt hat, sie will sich ein Labrador-Baby holen, wer der richtige Ansprechpartner dafür ist. Und wir durften ihn direkt besuchen, als er zwei Wochen alt und noch so ganz ratig war. Seine Schnauze war noch rosa. Der war so klein. War einfach eine amazing Zeit. Und vor zwei Wochen durften wir ihn dann nochmal besuchen. Der war schon so viel größer. Es ist unfassbar, wie schnell diese Hunde wachsen. Ich weiß nicht, warum hier ein Baum liegt, aber... Heute dürfen wir ihn das erste Mal kuscheln. Der ist sechs Wochen alt, der kleine Baby. Ach, wir haben nur eine halbe Stunde. Ich bin süß und ich freue mich schon auf. So ein Kleid. So ein Kleid. Das ist ein dicker Schloss. So ein Kleid. So ein Kleid. So ein Kleid. Guck theirapatолн in die Kamera. Oh, cssssst. Does he Prinz. Es ist doch teilweise nicht roh? Und diese zwei Wochen sind jetzt so schnell umgegangen zur Abholung Ich bin richtig schock Ich habe ein bisschen Angst Ich weiß nicht, wieso, es ist nicht mal mein Hund Ich wünschte, es wäre mein Hund Es ist auch ein bisschen mein Hund Wir haben immer reden, meine Frau Annika Es ist auch ein bisschen mein Hund Ey, unser Leben wird sich für immer verändern Wir haben jetzt ein Baby unter uns Anders als bei Menschenbabys Die ab fünf Jahren vielleicht schon ein bisschen für sich selber sorgen können Wird dieses Labrador-Göttliche Wesen für immer auf uns angewiesen sein Deswegen Leute, bevor ihr euch einen Hund holt Seid euch dessen bewusst, dass es einfach euer Leben verändern wird Das Gefühl ist wie wenn man als Kind Als Kind aufwacht morgens Und man weiß, man hat Geburtstag So fühlt sich das an Oh mein Gott Aber du bist richtig gut vorbereitet Ja, ich bin gut vorbereitet Ich glaube ich zumindest Ja, doch Bist du Die reinigt hier nochmal alles Reinigt Wir haben natürlich Snacks Oh, Schnuffeltuch Und das ist hier die kleine Babyhöhle Genau, damit er sich zurückziehen kann Wir schaffen das, Annika Wir schaffen das Also, fahren jetzt mal los Die wehen, die wehen sie am Anfang Sieben Minuten Abstand Wir sollten losfahren Die Fahrt ist zum Glück auch nicht allzu lang Das heißt, man muss gar nicht so lange mit uns im Auto verweilen Was gut ist Wir sind jetzt da Wir gehen mal rein und checken die Lage Wie es dem geht, den kleinen Bro Und dann sehen wir uns gleich wieder Er unser ist Hallo Hallöchen Hi 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 Hallöchen 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 Oh Mann, so süß Die freuen sich Alter, das ist hier ein Kampf Hier, guck mal Ich kann gar nicht glauben, dass wir den jetzt nach Hause nehmen können Also, du schlägst dich so toll, Joby Dafür kriegst du ein Leckerli Ey, das geht echt überraschend Überraschend gut bist du, ne? Also, ich muss sagen Er stellt sich wirklich so unfassbar gut an Viel besser, als wir dachten Außer, dass er ab und zu mal hoch will Aber wir haben Angst, dass ihm schlecht wird Hier oben Weil hier unten scheint alles sehr gut zu klappen Und du bist Machst es ganz toll Machst du Das ist einfach ein toller Baby So gechillt Der ist jetzt nach 10 Minuten direkt eingeschlafen Das juckt den auch nicht Der dachte sich, das dauert hier 10 Minütchen Da mache ich erstmal ein Neckerchen Ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen Er fühlt sich wohl Er hat keine Angst Er ist nicht aufgeregt Der chillt einfach ein bisschen Er ist mega entspannt Besser geht's nicht Es ist nicht absolut goldig So ein Baby Da kommt auch noch so ein heiliger Sonnenschein von oben Jetzt erkunden wir mal die Wohnung zusammen Ja? Hier Machen wir das? Erkunden wir jetzt mal die Wohnung zusammen? Nein Oh mein Gott so süß Ich sehe auch endgültig fertig aus Aber so schlimm ist es gar nicht Es läuft tatsächlich sehr gut Er hat doch keinmal in die Wohnung gemacht Wir gehen immer mit ihm raus Wenn wir denken so Jetzt könnte es Zeit sein Dann pinkelt er draußen Und dann gehen wir wieder rein Also das läuft super Aber wenn wir ihn ein bisschen alleine lassen Oder ihm keine Aufmerksamkeit schenken Dann geht das Geheule natürlich los Was ja ganz normal ist Weil er sich von seinem alten Nordmoodle verabschieden muss Und sein neues wahrnehmen sollte Dass wir jetzt auf jeden Fall gespannt sind Die erste Nacht Wir haben jetzt schon von einigen Labrador-Besitzern gehört Das wird auf jeden Fall rough Und man muss durchziehen Was halt super schwer ist Weil da so süß ist Aber wir schaffen das Wir halten durch Die eineinhalb Stunden Geheule Schaffen wir Wir bleiben noch ein paar Stunden jetzt mit ihm wach So bis zwölf würde ich sagen Und dann geht die Party glaube ich richtig los Ja jetzt bist du wieder ganz lieb und niedlich Also Leute Alles was Hundebesitzer sagen Darüber Dass es unfassbar schwer ist Ein Hund zu erziehen Surprise Die haben alle recht Das ist voll verständlich Der ist in so einer neuen Umgebung Und so Und hat halt mega geweint Und das war voll schwer Nicht nachzugeben Aber am Ende Haben wir unsere Methode Ein bisschen geändert Haben ihn mit offener Tür Schlafen lassen Und dann hat es alles funktioniert Und Pippi und Kaka Macht er richtig gut Immer schön draußen Außer heute ein paar Mal Aber du bist einfach ein Baby Da muss man einfach verzeihen Wie krass ist die Realisation Die ich echt habe Das hört sich total dumm an Aber wie krass man realisiert Dass es einfach so ein Babytier ist Dass es ein Kind ist Das viel Liebe und Fürsorge Aber auch Regeln braucht Weil das letzte was wir wollen Ist dass er die Verantwortung Des Alphatiers auf sich nehmen muss Und dann irgendwie Statt dass wir die Verantwortung haben Er denkt er muss die Verantwortung übernehmen Und dann ein stressiges Leben hat Wir wollen einfach dass der chillen kann Sein ganzes Leben lang Und weiß dass wir uns um ihn kümmern Und das schaffen wir Er hört unfassbar gut auf seinen Namen Jedes Mal wenn wir nur sagen Dobby hört das schon auf Wenn er was Naughtiges macht Naughty Dubs Also an alle da draußen Dobby geht's gut Uns geht's auch gut Er schlägt sich echt Echt gut Dafür dass er von seiner Mama Und von seinen Geschwisterchen Beckes Den ersten Tag Das hat ordentlich gejuckt du Also Leute lasst ein Like da Falls ihr mehr Updates von Dobby sehen wollt Annika wie geht's dir eigentlich Ich bin müde wa Ich bin auch müde Dobby ist auch müde Wir gehen jetzt alle zusammen Nickerchen machen Und wir sehen uns dann mal nächstes Mal